Jetzt sprechen wir über Alu-Di-Bond. Alu-Di-Bond ist eine Art von Poster, die auf einem sehr stabilen Alu-Karton mit Alu-Platte aufgepresst wird. Hierbei haben wir den einzigartigen Vorteil, es ist sehr leicht und es macht auch etwas her. Beispiel, wenn Sie irgendwas irgendwo an die Wand machen wollen, halterlos, rahmenlos, dann sieht Alu-Di-Bond toll aus. Noch ein kleines Beispiel ist zum Beispiel Wegweiserschilder oder Büroinformationsschilder, da wird hauptsächlich Alu-Di-Bond verwendet. Ansonsten, preis-leistungstechnisch liegt es ungefähr im Bereich von dem Acryldruck, dazu kommen wir im späteren Video. Und insgesamt hat es eine Stärke von 4 bis 8 mm.